gut und herzlich willkommen hier zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar wollte ich euch heute einen kleinen trick zeigen wie ihr das gebäude innerhalb von ein paar sekunden zerstören könnt und das seht ihr direkt nach dem intro viel spaß dabei so was braucht ihr also um das so was braucht ihr also um das gebäude zu zerstören als erstes mal müsst ihr eins zwei drei sachen drei böden nach oben setzen hier einmal auf bearbeiten dann hier eine treppe hinsetzen diese treppe zerstören das gebaute bricht zusammen und das ganze gebäude auch what the fuck guckt euch das einfach an es geht wirklich es geht mit jedem gebäude wir sind jetzt hier vor dem main tower entiltet wir bauen das hier einfach wieder auf 123 bearbeiten das ganze setzen die treppe bauen die treppe wieder instant ab und das gebäude bricht zusammen what the fuck guckt ich das einfach an ist es ein klitsch also passt wieder auf mit klitsches wie mit den unter die map klitsch sachen müsst ihr aufpassen macht das nicht mit eurem main account wenn ihr darüber ein video macht oder macht es so wie ich im spiel in der spielwiese aber nicht in public games dafür könnt ihr gewandt werden passt da bitte auf jeden fall auf und kommentiert gerne runter wie ihr den klitsch fandet teilt es gerne mit euren freunden die gerne in tilted reinspringen und das war es dann auch wieder mit dem video macht's gut haut rein und wir sehen uns beim nächsten live stream macht's gut dreht schelmete